Ja, weil es halt momentan gerade läuft. Sag mir mal, wo wir dich dann fahren sollen. Zug? Ja, Zug. Mein Schwanz, Digga, die fahren doch nicht mal. Die sind alle, die sind alle, alle, alle fallen dir aus. Alle. Fliegerbombe entschärfen, Digga, die, die, die trollen mittlerweile. Denkst du, die lassen sich irgendwelche random Gründe einfallen? Ja, Digga, ich schwöre, gleich steht da, wir kämpfen gegen Bären oder so. Digga, was ist denn Fliegerbombe? Wir versuchen den Mount Aris mit Eisbären zu vergleichen, äh, Eisbären zu vergleichen. Wir haben gerade keine Zeit. Nee, aber ich, ich, ich unterstütze dein Statement zu denen und sag auch, fickt euch, Baren, fickt euch. Mach mal was richtig. Sauber. Flickstrain ist besser. Ey, Flickstrain ist doch ultrascheiß, oder nicht? Keine Ahnung, ich bin noch nie damit gefahren. Sicher, aber einfach Konkurrenz. Er hat einfach Plays mit Flickstrain gerade gehabt. Flickstrain ist besser. Rocher, Digga, nein, Milka, du Hurensohn, viel besser. Boah, Milka, ich hab so viel Milka neben mir liegen. Boah, du musst das doch immer geheim halten. Wie gesagt, du hast das Plays oder nicht, Digga. Trahtway, geh auf 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 auf. Das war es so, Jesus.